Willkommen zu einem Part von Let's Play New Super Mario Bros. EU. Und jetzt geht weg Cheep Cheeps. Hier muss ein Mario vorbei. Also echt mal. So, ich nehme jetzt mal mit meiner Webcam ein Audio auf. Und hier oben hätten wir Cheep Cheep Höhenflug. Im letzten Part hatten wir schon was. Oh, was ist hier los? Und jetzt läuft es nass. Mit Yashinsky. Hallo Tri. So. Mit Yoshi. Hallo Yoshi. Yoshi. Oh nein, Cheep Cheeps. Erzählen wir nix. Nein. Kriegt welch? Niemals. Tschüss Yoshi. Nein. Ich gleiche bei ihr. Souveräner Anfang. Sehr guter Anfang. Ich muss dazu nichts mehr sagen. Kriechenwitz. Ja. Ja. Fontaine, warte auf mich. So, Yoshi. Komm mit. Komm mit, Günther. Nein. Komm mit. Warum tust du mir das an, Yoshi? Was hab ich dir getan, Yoshi? Die Faxen. Ah. Ist. Ist... 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 Ähm... 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 Ähm. Was ist hier los? In der Hose? Ähm... Ähm... ... Musikkos. So, Yoshi. Jetzt aber mal keine Faxen. denn die wachsen die wachsen ist mir egal was da drin ist aber nicht da ist das weg Ah! Blöd! Es! Vieh! Komm hier, Shee! Natürlich muss man so ein Abort ein Starkrein sein Ah! So weit! Ah! Knapp! Wow! Wow! Ah! Ich hab keine Ahnung was ich hier tue Was? 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 Ja, Shee! Warum? Ihr seid ja böse! Nein! Hey! Das dürft ihr doch nicht tun! Ja! Ich hab noch was anderes vor! Hallo! Hopsala! Hops! Hops! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Du schwein! Hilfe! Was geht dir vor? Was ist hier eigentlich nicht los? Meine gute Welt! Weg! Jetzt die noch mal weg! Ich könnte nicht leben! Oh nein! Oh nein! Why are you doing it? Ahhhh! Oh nein! Es ist schwer nicht! Es ist ein Eitel Nein! Ihr seid ja böse! Ich lasse dieses Lippl! Ich hab's schon immer gewasst! Na 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 hey, da ist eine Fontaine, so, 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 gibst denn sowas. Hey! Achso, achso, nein, jetzt hau ab! Jetzt verschwinde! Oh man! Nein! Dieser scheiß Cheep Cheeps! Nein! Blöde Viecher! Jetzt! Danke! Ich geh mit in den Abgrund! Mann! Wo sind wir unten? Na komm mal mit! Komm mal mit! Komm mit! Wendina! Na los! Geh nach dem! Und das Lebelle! Hey! Jünger Bing! Ah! Bah! Ah! Hast du mit auf Hirschi? Nein! Aber das kann nicht! Da kann ihn essen! Dann los! Montäne, wir haben nicht ewig Zeit! Bleib da! Schock! Nimm sie mit! Nimm mit! Nimm mit! Und lauf mit dir in Abgrund! Und! Yoshi nicht so wild zu hintergehen! Alter! Was ist das für ein Hoh-Hoh-Hoh-Hoh-Hoh-Hoh-Hoh-Hoh-Hoh-Hoh! Scheiße! 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 Aber! Ich bin zu diesem Satz-Wasser-Hackig! Geht weg! Cheap Cheap! Nein! Ihr kriegt mich nicht! Jetzt ist Schluss! Spielt mit jemandem an! Ich hab keinen Bock auf euch! Tschüss! Nein! Was war das für eine Mustardes? Naoo! Naala-la malam! Naa! Naa-la malam! Naa-la malam! Ich gehe schon rein! Ich bin sicher, und bin ganz allein! So, den nehme ich jetzt mal mit. Dann geht das! Yoshi, wo bist du? Ihr Wahnsinnigen! Ihr Wahnsinnigen! Was ist denn das? Ja, halte dich tausend Minuten mit diesem Löffel auf! Das freut bestimmt dir! Nein! Oh man! Diese blöden Cheap Cheats! Ich kann nicht auf! Ich bring dich nicht auf! Ich glaube, das geht so, wenn du auf die Cheap Cheap Cheap... Nein, ich möchte nichts ins Videos posten! Wenn du auf die Cheap 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 dann da rutspringst! Mensch, ich hab nicht viel Zeit! Oh, obwohl ich hab nur noch ein Leben! Mensch, geh doch mal weg! Container! Mensch, seid blöden Cheap Cheaps! Denk mir, sie können fliegen! Wollt ihr noch Yoshi machen? Nein! Geh weg! Ich hab Yoshi! Ich hab ihn behalten! Ich kann ihn essen! Ha! 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 So, und jetzt! Schnell weg! Das Ziel! Ja! Oh, danke! Ja, wo kommst du nicht mit? Warum ein Weißen? Oh nein! Oh, danke! Oh mein Gott! So! Im nächsten Part dann... Drachen als Grotte! Ein besserer Level! Glaube ich! Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder! Schaltet wieder ein! Bis zum nächsten Mal! Daumen hoch, wenn's gefallen hat! Und bis... Zum nächsten Mal! Meinung und die Kommentare! Bis zum nächsten Mal! Bis dahin! Ciao! Ciao!